sich in den abgrund oder so das ist er gesagt so ein bisschen auf es ist ein bisschen aus der dreck gute frage ist nicht immer nicht gut dass der dreck ist wenn man den anderen dreckigen machen markus so wie du scheiß haufen das weg hammer und sich bis aus dem dreck geklaut nein ich hab's demjenigen gegeben der es am dringendsten nötig hat den dreck es ist schon nachgeschaut das passwort von da nicht stimmt oder nicht keine ahnung ich hab noch nicht richtig nachgeguckt kannst du ja mal machen, du nimmst ja nicht stimmt nicht keine ahnung ich hab nicht nachgeschaut ja dann schau doch mal nach du nimmst ja nicht auf das sind 700 nachrichten oder so die schau ich jetzt nicht durch hab ich auch gemacht ich hab die letzten sechs monate komplett durchgelesen bis ich den scheiß gefunden hab ach fuck jetzt hab ich wieder was gepackt gemacht boah du bist so ein bob ja mein gott wenn du mich so ablenkst hab ich wieder eine melone gemacht ja wir haben in der monster dropkiste ist ganz viel knochenmehl drin weißt du noch wo wir uns einmal die ganze zeit in ein duell geliefert haben wer schon am schnellsten die melonen nachbaut ja das hat total geändert aber es war lustig ja hab ich nämlich immer hier so gemacht da ist eine melone zack eins da kommt der markus wieder angeschissen eins ah du arsch meine melone meine melone ja ich lauf sowieso jetzt zu meiner kiste und tu die da rein ist jetzt meine verkaufen kiste so ich mach jetzt alle meine kisten voll und dann geh ich verkaufen dann bin ich ein reicher mann ja meine idee du hast meine melonen kiste gefunden ja nein ich hab meine melonen kiste gefunden was für eine melonen kiste auf meinem dach da hast du bestimmt reingekommen nein langseile ich weiß nicht mal dass du auf dem dach irgendwas stehen hast ich kenn nur die eine kiste wenn man direkt hochkommt wasser auf meinem balkon ja aber da bin ich nur über die ganzen bäume gesprungen ja bleibt gleich daneben sind kisten hab ich nicht gesehen wo ist denn der sand hin wir haben keinen sand ich hatte 8 sand bitte mal wieder da an ihn ich hatte 8 sand ich wollte mir glas damit machen das ist ja schon wieder weg jetzt kotzt mich so an hier moment jetzt nur vor jetzt mach ich mal kurz überlegen wo wir den zaubertischen stellen ja 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 wo sollen wir den denn hinstellen keine Ahnung keine Ahnung für die Frechheit mach dir mal Gedanken naja ich laufe hier nur ums Haus rum und hab nix zu tun da kommt man nicht hoch ich schon du hast gesagt dann muss man nur block setzen was willst du denn da oben boah du bist so n Arschloch was machst denn du da oben nicht irgendwelche Schilder hier hinstellen ist so doof aber das lass uns gehen das ist voll scheiße wetten wir Dani sagt nix mal wieso steht da n Schild aufm Haus und dann geht da extra hoch und schreit hoffentlich schaut er dir folgend nicht an sonst weiß er was draufsteht ach ja Markus mhm würdest du dir eventuell freundlicherweise schnell an Island machen nein warum nicht ich brauch 2 60 weil ich Cobblestone farm geh boah jetzt jetzt das ist jetzt die ganze Zeit Zeit gehabt hallo ich werd mal Verzauberungstisch zu mir hoch stellen und dann müsst ihr euch ne eigenen kaufen so wenn es jetzt mit anfassen oder was geht ihr ab dann dann guck dann doch wir haben wir haben wir haben ja wir haben irgendwo haben wir was denn wir haben wir ist nicht wo ich finde es auch nicht aber wir haben irgendwo bestimmt auch schon wieder irgendjemand geklaut das Zuckerrohr das haben wir doch noch irgendwo ja das ist weg ich hab's nicht also meine Kiste ist nichts drin mein Inventar ist gerade leer weil ich aufs Cobblestone vorbereite ja seit hier umgeräumt wurde finde ich nichts mehr ja Sonja hat aufgeräumt seitdem finde ich nichts mehr wenn Frauen aufräumen das ist echt so findest nix mehr ja nach 5000 mal suchen hab ich's gefunden ist Mikey voll auf das Bild drauf gestiegen so geht das ich mach lieber meine Zür zu ist glaub ich sicher ist in der Mena oh meine lieben Kühe jetzt geht's euch ans Leder oh mein Gott da haben wir Kühe uah Boah Ah, wieder 6 Leder. Die Kühe mal wieder füttern, aber mein Gott. Wolle und Sticks drumrum, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Sehr schön. Hallo. Hallo. Oh, jetzt darf ich kurz mal überlegen. So. So. Verzauberungsraum. Verzauberungsraum, wohin? Hm. Hier wäre eigentlich optimal. Hier ist voll viel Platz und ich habe keine Ahnung, was man hier sonst hinbauen soll. Hm. Hier wäre eigentlich optimal. mit dem Verzauberungs-Tisch nicht dabei ist, ja klar. War? Ja, klar. War? Ja, klar. War ja hier drin, oder? Nein. Da drin? Nein. Da drin? Nein.